Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz in der Randomize-Anderslept-Challenge! Kommt von mir, kümmere uns mit Team Plasma! Das ist mein Platz, genau! Schauen wir mal an! Ob ich das überleben werde, ich hoffe doch, ich habe keine Ahnung! Ah, ich habe Angst! Oh mein Gott, schauen wir mal! Kann ja nicht so schwer werden, oder? Komm schon, dummes Story! Wäsch! Auch keine Sau! Oh! Na ja! Bla bla bla, kämpfen, schlach! Hier sei dumm! Ich kann die Bandischen Pokémon nicht! Sie weiß, das ist so was für Zeldakeclaw! Hi, sehr öppig, hi! Bla bla bla, bla 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 Was gerade überlegen, habe ich für heute eigentlich schon aufgenommen? Das wird einfach nicht weniger das aufnehmen, das ist super. Wird es jemand stehlen, wenn ich Mario nicht aufnehme? Ich hoffe nicht. Ich werde es twittern, ob ihr es seht oder nicht. Da müsst ihr euch folgen auf Twitter, wenn ihr das wollt. Giro... Ah, wäre... Folgt mir einfach auf Twitter, ok, klar, super. Ich werde mich voll freuen, wenn ich da mal ein bisschen Feedback oder sowas kriege. Allgemein ein bisschen Feedback, könnt ihr mal schreiben. Weil das ist cool, Feedback ist subidubi. Und... So... Shit. So. Archie. Gib mir Tafel Wasser. Dankeschön. Ähm... Schauen wir mal. Tja, da war ja was. Was hat mir hier denn schönes... Für eine Arena für den Typ? Also standardmässig wäre es ja Käfer. Was hast du denn so für... Typ? Wenn wir gleich wissen, ob ich trainieren muss oder nicht. Relikant. Wasser oder Gestein. Ah. Das E4man zwar super gerade. Hm. Gut. E4man ist ab 20. Igelsamen. Nice. Wie geht's? Wickel braucht niemand? Egelsamen! Gee-va, ja! Ha, komm. Meute! Brauch nicht mal Egelsamen machen, oder? Gieß mich mit deinen Blubberblasen. Ja, macht noch mehr das. Das gefällt mir. Ja. Das heißt ne Vassari. Das heißt Ifoman ist super für das hier. Das Level ist nicht so hoch. Was hat der jetzt für ein Level? Der Nullgrasmixer hat so wenige AP. Das ist bisschen dumm. Doof. Oh Mann. Eine Wasserarena. Gastrodon. Dummes Pokémon. Level 20. One Hit. Schwaches, dummes Pokémon. Mal. 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 wieder da durchranen ja das wusste ich aber das ist tanky schauen wir mal schade heilt das nicht das wäre so krass imba gibt gute kp zurück was das befreit von egelsam das habe ich noch nie gesehen was geht reformieren wird richtig stark ich werde jetzt diesen schalter drücken und dann gehe ich zurück ins pocket center und das mache ich indem ich schneide ja ich schneide kurz bis gleich gut sind wir wieder abgeheilt dann kommt der kampf aber bis jetzt habe ich schon richtig glück mit dem arena typen den drachentypen hätte ich da mir nicht so gut wird es mal ein pokémon das überragend ist wie jetzt jetzt infoman infoman mache ich sie einfach fertig ich komplett das ohne probleme das finde ich super arnulf 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 was ist das für ein pokémon aber das ist ein fucking name zwei one hits mega sauger 40 stärke ne 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 ist es nicht wert ich hab ja aaah nehmen nicht ein anderer angriff vollkommen cool mega sauger ist nicht grad stark so cool Ich komme jetzt zur Arena Leiter, Artie. So Artie, das sind keine Käfer, das was ein Pokémon. Oh mein Gott, wie das aussieht, das ist so... Fucking Hipster. Video! Ah, so. Nehmt, da war ja was. Ah, einfach nur One-Hit. Ja gut, das ist legendär, das könnte es aushalten. Ja gut. What? Warum ist es schneller? Oh. So. Hadeo ist down. Ja. The evil man wird so immer. Was ist das? Ja, Grasmixxon ist down. Ja. Ja. Hi, Welsa. Deine B auf der Stern. Für Watt oder Volt oder... Nein, Voltschirm. Warum? Schwer ist auch One-Hitten, oder? Ah. Ich schwöre mich nicht. Ich schwöre mich nicht. Ich schwöre dich niemand, oder? Also, so sind die Randomizer halt. Da... Weiß man nicht, was man bekommt. Kann positiv sein. Kann negativ sein. Ach, schön. Bringst du mir einen Angriff? Oh, Klammer rum. Alter, kann ich nicht mal gute Angriffe haben? Ach. Blub. So. Geh. Ach. Wieder rüber. Rüber hab ich sacht. So. Da. Ach. Es ist wieder Mutter. Ah, es ist Bell. Okay. Wurte vier. Okay. Oh, ist zuerst. Bis sie gehen. Und ins Poker Center rennen. Weil ich hab ja fast keinen Schaden bekommen. Aber die AP von der Angriff sind ziemlich kacke. Ich hab daneben getroffen. Hehehe. So. Jo. Bum, 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 bum. So. Und weiter geht's. Hör mal. So. Was denn da oben so erwartet wird. So. Wartern wird. So. 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 Yo. Hey. Wart praedain. Eines Tages find ich was drin und dann... Ich hab euch auzz... Was? Ja, Kampfgeek mich. Kampfgeek, Bell. Popo! Krass, Mixer. Nice. Supertrank reicht nicht, meine Damen. Aha! Aber jetzt soll das reichen. Ja. So. Genau. Öffermann hat das zwar gut gemacht. Low Cog? Wirklich? Wirklich. 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 Du willst das richtig gut tun. Das war ein bisschen gefährlich. Nice. Flinkklaue. Aha! Das ist mir zu gefährlich. Das ist mir zu gefährlich. Kampf. Sieh ich hoch. Neutral. Neutral. Okay. Das ist mir zu gefährlich. Nein. Ich bin zu gefährlich. Ich bin zu gefährlich. Ich bin zu gefährlich. schnabel alter warum ist das so stark überlebt das bleibt das es ist ja schlimm sternen schauer und hat 40 60 aber das ist physisch spezial oder das wasser angriffen Säure? Ist kein Giftangriff? Okay. Wenn du meinst, dass das was bringt. Wenn du immer mehr Säure reinsetzt, dass wir nicht funktionieren. Das hat, glaube ich, noch Säure, außer Elektronengriffe. Puh, geschafft. Felswurf, nice. Möchte Zerschneider verlernen. Ah. Ah. So. Entschmalen Angriff. Makolo, macholo. Äh, Kampf gegen Pflanzen. Okay. Geht. Das ist aber das ziemliche Einzige, das eine volle AP hat. KP hat. Hier zusammen. So. So sieht es noch nicht aus. Gut, Level 18. Das hat eigentlich gut funktionieren. Ja, ziemlich gut. Yay. Gefällt mir. Komm schon, laber nicht zu einem Schwachsinn. Na gut, das war's denn für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, folgt mir auf Twitter. Abonniert mich. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.